Willkommen zurück auf meinem Kanal zu PlayStation News und mehr und diesmal gibt es einiges zu berichten. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn dir das Video gefällt, lasst gerne am Ende einen Daumen nach oben da und es ist einiges los. Wir haben die Gamescom, wir haben konkrete neue PlayStation 5 Pro Leaks, wir haben neue Software-Updates im Beta-Stadium, wo neue Features freigeschaltet werden und wir haben eventuell noch neue Spiele-Ankündigungen und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal im Detail an. Bleibt dran. Wir sind mittlerweile in der zweiten Jahreshälfte angekommen bzw. schon mittendrin und die scheinen sehr spannend zu werden. Fangen wir erstmal mit dem Konkretesten an. Ich habe ja letzte Woche noch berichtet, PlayStation 5 Pro eventuell doch erst 2025 oder gar nicht mehr, aber jetzt gibt es einen konkreten Leak. Manchmal denke ich mir auch, vielleicht auch Absicht, who knows. Und zwar, ich habe ja auch davon berichtet, dass No Man's Sky hat ja ein großes Update bekommen, Version 5.0, jetzt gab es schon wieder ein Update. Nach dem Update und dort hat der No Man's Sky-Experte, That Bomber Boy, hat den Quellcodes sich mal angeschaut und hat dort einen Hinweis gefunden auf die Modellbezeichnung Trinity. Und wenn ihr euch daran erinnert, Trinity ist der Codename für die PlayStation 5 Pro bei Sony. Das wurde auch schon mal geleakt, die hatten ja auch schon für die PlayStation 4 damals, hatten die auch schon so einen Code gehabt und jetzt Trinity. Und der weist dort auf. Und interessant ist, dass eben dieser Trinity-Code dort sagt, dass die Dynamische Auflösung bei 1728 statt bei der PlayStation 5 1296 liegt. Das sind so diese Mindestanforderungen. Und ich mache euch den Screenshot auch nochmal rein. Also das ist wirklich konkret, was drinsteht und es ist naheliegend, dass es die PlayStation 5 Pro damit gemeint ist. Ja, interessant ist dazu aber auch, dass eigentlich, wir wissen es nicht, aber normalerweise jeden September ein Sony-Showcase auch noch stattfindet. Zum Beispiel hatte die PlayStation 4 Pro, wurde im September 2016 angekündigt, damals auch bei einem Showcase. Und jetzt wird vermutet, dass das jetzt genauso wieder passieren wird. Wie gesagt, dieses Update finde ich schon sehr, sehr konkret. Ein Hinweis drauf, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr sagt. Und warum muss noch so ein Showcase jetzt, oder dieser, nicht so, sondern dieser Showcase kommen? Weil es gibt kaum Spielankündigungen. Also ich finde es eh aktuell ein bisschen schwach und wir wissen auch noch gar nicht, was 2025 kommen soll. Ja, Death Stranding 2, okay, ich habe das mal angezockt damals, das A1, aber ich fand den nicht so geil. Und Ballad of Anterra soll auch noch rauskommen. Aber wir warten ja immer noch auf Ghost of Tsushima 2. Was ist mit The Last of Us 3 und, keine Ahnung, vielleicht mal ein Uncharted oder irgendein anderes geiles Game von Sony Interactive. Da warten wir einfach drauf und deswegen würde es absolut Sinn machen. Dann kann Sony dieses Jahr echt noch rumdrehen, finde ich. Wenn die einen Showcase im September abhalten, wo die wirklich die PlayStation 5 Pro announcen, plus nochmal, wir würden ja schon zwei AAA-Titel reichen, ja, die angekündigt werden für 2025. Das wäre cool. Yes, also wie gesagt, sobald ich da nochmal was Neues weiß, schreibe ich es euch, oder beziehungsweise mache ich euch ein neues Video dazu. Dann ist es soweit, vom 21. bis 25. August findet wir die Gamescom-Stadt in Deutschland, in Köln genauer gesagt. Also ziemlich genau in einem knappen Monat. Und 21. ist wieder für, ja, Medienvertreter vorbehalten und ab dem 22. können alle hin. Unter der Woche 29, 50 und am Wochenende kostet die Karte 39 Euro, finde ich aber voll okay. Und was ihr aber auch machen könnt, für alle, die nicht zur Gamescom hingehen, ich werde selber auch nicht hingehen, weil ich dann ab Samstag im Urlaub bin und vorher werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr Bock hättet, sagt, hier Paul, Mensch, geht doch mal auf die Gamescom und berichtet davon live auf deinen YouTube-Kanalen. Wenn ich das das nächste Mal machen soll, kann ich mir das auf jeden Fall überlegen. Aber unabhängig davon, am 20. August, also der Tag davor, findet um 20 Uhr. Und das ist das Coole, es wird gestreamt auf YouTube, auf Twitch, TikTok, X und sogar Facebook. Ich würde es mir dann wahrscheinlich auf YouTube anschauen. Und zwar die sogenannte Gamescom Opening Night Live. Ja, und da feiern dann schon erste Spiele in exklusiven Weltpremiere. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Notiert es euch, 20. August, 20 Uhr, Livestream kostenlos auf YouTube. Und es ist auch unter anderem, Microsoft ist vertreten, EA ist vertreten, Ubisoft ist vertreten. Sony Interactive ist nicht vertreten, was mir nochmal mehr irgendwie sagt, okay, weil Sony will ja seinen eigenen Showcase im September halten. Deswegen brauchen die jetzt nicht extra im August nochmal zu kommen. Könnte ich mir vorstellen oder hoffe ich, ja. Aber Sony Deutschland ist vertreten und Sony Deutschland ist ja für die Vermarktung der Sony Hardware zuständig. Von daher schaut mal rein, das Pulse Lead Headset, das Zone Headset, Playstation 5, Playstation 5 Pro werden die natürlich nichts sagen. Aber die sind zumindest vertreten. Aber wie gesagt, Sony Interactive ist leider nicht dabei. Schreibt da mal in die Kommentare rein, wie wichtig findet ihr die Gamescom, findet ihr das spannend. Wenn ja, dann kann ich mich da in Zukunft, wie gesagt, mal gucken bei einer nächsten Gaming-Messe, vielleicht auch einfach mal live vor Ort sein. Dann haben wir noch ein paar allgemeine Gaming-News und zwar einmal Stellar Blades soll für den PC erscheinen. Warum? Also das ist ja jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber die Seite, das Entwicklerstudio, wenn man auf deren Homepage geht, dann haben die aktuell eine Stellenausschreibung. Und da geht es um einen Grafikdesigner und da wird explizit genannt PC Stellar Blade. Also beides zusammen in einer Stellenausschreibung. Also ist klar, da kommt auf jeden Fall Stellar Blade für den PC raus. Jetzt keine Überraschung. Die Frage ist dann eher wann. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht zu Q1 2025. Schreibe euch da aber auch gerne nochmal das dann hier oder beziehungsweise präsentiere euch das, wenn es soweit ist. Und dann kommen wir noch zu Gran Turismo. Und zwar, es gab jetzt ein Update und da gibt es einen Bug, wenn ihr bestimmte Spieleinstellungen einstellt, dann fangen die Autos an zu fliegen. Kein Scheiß. Ich mache euch den Link mal rein zu dem Artikel. Sieht richtig lustig aus. Ich konnte nicht mehr, als ich das gesehen habe, dass die Autos dann da so crazy rumspringen. Also wenn ihr diesen Bug bei euch auch reproduzieren wollt, dann müsst ihr die Grafikeinstellungen, beziehungsweise nicht Grafik, sondern Spieleinstellungen von den Autos vornehmen. Wie gesagt, ich mache euch den Link mal unten rein, fand ich ganz lustig, wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Abschließend gibt es noch eine neue Beta-Software für die Playstation 5. Und also ihr könnt sie euch noch nicht runterladen, außer ihr macht bei dem Beta-Programm mit. Würde ich euch einfach nicht empfehlen. Wartet einfach, bis es offiziell rauskommt, weil dann seid ihr auch sicher, dass alles funktioniert. Nichtsdestotrotz, wenn ihr es schon mal testen wollt oder wissen wollt, was passiert, es gibt im Grunde drei neue Features. Und zwar wird es, es gibt ja 3D-Audio schon die ganze Zeit, das könnt ihr ja mit den Headsets gut verwenden. Und jetzt kann man aber noch den 3D-Audio dann personalisieren, also individuell auf die Ohren anpassen. Je nachdem, wie gut man auch auf den Ohren hört, kann man das individuell einstellen. Funktioniert mit allen Kopfhörern, die 3D-Audio-kompatibel sind. Wusste ich auch noch nicht, dass man das braucht, aber dann geht das. Zum Beispiel das Pulse Elite Headset ist damit kompatibel. Habe ich euch auch schon mal einen Test zugemacht, kann ich euch gerne auch nochmal in einem Video hier verlinken. Dann kommt ein Feature raus und dann wieder die Artikel, wenn ich das lese. Sony bringt ein neues Feature, aber alle, die die Playstation 4 23 gekauft haben, die können dieses Feature nicht nutzen. Ja, worum geht es? Geht nur mit der aktuellen Playstation 5 Slim. Slim ist aber so ein Mini-Feature oder Update und zwar adaptives Laden. Das heißt, wenn ihr hier mit dem Controller mit Kabel dann an eurer Playstation 5 dann euren Controller ladet, erfolgt das adaptiv. Das heißt, dass dann so ein bisschen je nach Ladezustand des Controllers die Stromversorgung halt verlängert oder verkürzt wird. Was soll es bringen? Am Ende etwas Strom sparen. Also wirklich kein Feature, wo ich sage, das brauche ich jetzt für meine normale Playstation 5. Zumal ich meine Controller immer einfach nur mit einem ganz normalen USB-C Kabel lade, indem ich auch mein iPhone lade. Und als drittes könnt ihr dann pro Benutzer auf der Playstation einstellen, welcher Benutzer überhaupt Remote Play verwenden soll. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Kids habt, die sagen, ihr wollt das nicht, dass die Remote Play zocken oder was weiß ich, dann könnt ihr das in den Einstellungen demnächst unterbinden. Ja, das sind diese drei Features, die auf jeden Fall in den nächsten Monaten kommen werden. Sony hat noch kein konkretes Release-Datum announced, aber ich gehe davon aus, dass es, wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Monaten so sein wird. Und damit sind wir auch durch mit Playstation News und mehr. Ich hatte jetzt Firewatch durchgezockt. Hatte ich euch ja das letzte Mal schon empfohlen. Richtig cooles Game. Es gibt auch echt coole Artikel darüber, dass alles, was man wahrgenommen hat, gar nicht echt ist. Dass das alles nur Einbildungen sind, so ein bisschen wie Shutter Island. Wer den Film kennt, kann ich euch auch nur empfehlen mit Leonardo DiCaprio. Zockt das Game. Ja, es kostet 20 Euro im Store. Vielleicht kriegt ihr es bei Amazon günstiger. Kann ich hier nochmal gucken. Da mache ich euch den Link oben rein. Gebraucht als CD, wenn es das gibt. Ansonsten halt einfach runterladen. Lohnt sich. Firewatch kann ich wirklich nur empfehlen. Wer es noch nicht gezockt hat und wie gesagt, so ein bisschen auf dieses Story-Games steht. Perfekt. Yes, damit sind wir durch. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Mal schauen, was die Woche noch alles bringt. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns schon bald wieder. Macht es gut. Bis bald. Ciao.